Warum setzt die Hasler Stiftung die Informatikausbildung auf der gymnasialen Stufe an und nicht bereits früher? Es ist nicht die Hasler Stiftung, die nicht breit hilft. Nur das Förderprogramm FIT ist auf Gymnasien konzentriert. Die Hasler Stiftung versucht sehr breit Bildung zu fördern. Wir fördern Dinge, die junge Eltern ausbilden. Wir machen Projekte für Primarschulen, 4. bis 6. Klasse. Aber das Förderprogramm FIT hat ein ganz spezifisches Ziel. Wir möchten Informatik als Gut von der Bildung an die Schulen zurückbringen. Und Gymnasien sind der Ort, wo die Allgemeinbildung in der Schweiz gepflegt wird. Es gab eine Zeit, als Informatiker auf der Strasse gestanden. Nach diesem Boom hat es stattgefunden, dass man in der Informatik arbeiten soll. Wie sieht das künftig aus? Sie müssen sehen, dass Informatik eine junge Wissenschaft ist. Darum sind sehr viele Informatiker, jedenfalls vor 5, 10 Jahren, noch alles Quereinsteiger gewesen. Man hat Informatik gemacht, wenn ich jetzt etwas überspitzt sage, als Hobbybastler. Und was man jetzt sucht, sind die Architekten, die eine Ausbildung haben. Das sind sehr, sehr gefragte Leute. Der Quereinsteiger ist im Normalfall die Ausnahme. Bei einem neuen Beruf, bei einer neuen Wissenschaft, muss der Quereinsteiger die Regel sein. Und das verändert sich jetzt einfach ganz normal. Es ist nicht so, dass die, die jetzt in der Informatik tätig sind, überflüssig werden. Denn die Informatikberufe nehmen sehr stark zu. Aber die Neueinsteiger werden reguläre Studiengänge machen. Viel mehr als von ihrem anderen Beruf herkommen. Wie reagieren denn die Gymnasien, also die Verantwortlichen, auf das neue Fach, das sie anbieten sollten? Also aus meiner Sicht, die Reaktionen, die wir bis jetzt haben, sind sehr positiv. Sehr viele Gymnasien möchten das Ergänzungsfach Informatik integrieren. Sie melden sich auch schon bei uns, um eventuell Unterstützungsleistungen von der Hasler-Stiftung zu bekommen. Aber auch durchaus ein Interesse, wie sollen sie das angehen? Welche Inhalte sollen sie da auch aufnehmen? Also das Interesse würde ich als sehr, sehr gross beschreiben. Wie integriert sich das Projekt FIT in die Informatika 08? Der Zusammenhang ist durch die Zielsetzung gegeben, die die Informatika 08 und FIT gemeinsam verfolgen. Nämlich die Informatik der Jugendlichen als Wissenschaft und als attraktives Berufsfeld nahezubringen. Das Projekt FIT bezieht sich ja auf die Gymnasien. Die Informatika 08 geht aber weiter ab. Sie setzt schon in der Unterstufe an mit der Informatika 08 in der Schule. Ist das richtig? Das ist richtig. Wir bringen im Rahmen des Jahr der Informatik zu diesem Zweck auch ein Lehrmittel raus. Das nennt sich iLearnIT.ch und das richtet sich bereits an Schüler ab der 3. Primarklasse und geht bis zur Sekundarschule 2, Sekundarschule Stufe 2. Und vermittelt in 12 exemplarischen Lektionen Informatik Grundwissen, jeweils stufengerecht für den Schulunterricht. 1. 1. 1. 1. Vielen Dank.